Was sind überhaupt Selektoren? Ja, da schwirrt ja eine ganze Menge an Definitionen so herum, auch in Geheimdienst- und Nachrichtenkreisen. Immerhin der Leiter der BND-Außenstelle in Bad Aibling, der muss es wissen und der hat öffentlich gesagt, Selektoren seien Mailadressen, Internetprotokolladressen, Mobilfunknummern, Telefonnummern, Gerätennummern von Smartphones und beispielsweise auch Satellitentelefonnummern. Und mit denen wird dann eben tatsächlich nach relevanten Daten gesucht. Also wer immer mit anderen Leuten über solche IP-Adressen oder Telefonnummern kommuniziert, der wird dann eben mehr oder weniger automatisch abgeschöpft. Und wie kommen diese Mailadressen, Telefonnummern oder IP-Adressen eigentlich auf die Selektorenliste drauf? Entweder, weil die Zielperson schon bekannt ist, also beispielsweise das Handy der Bundeskanzlerin, dann steht eben diese Nummer auf einer Selektorenliste oder weil sich aus einer Analyse der Metadaten ein verdächtiges Verhaltensmuster ergeben hat. Beispielsweise gibt es ein bestimmtes Verhaltensmuster für terroristisches Verhalten. Wenn man in bestimmter Abfolge per Mobiltelefon telefoniert, sich Daten per Mail schickt, dann noch einmal auf einen Geoinformationsdienst zugreift, dann würde man etwa auch auf solch einer Selektorenliste landen. Das sind Selektoren erster Ordnung und dann gibt es noch eine Selektorensuchliste mit Suchbegriffen und das sind dann eben die Selektoren zweiter Ordnung. Spielen Firmennamen und Produktnamen auch eine Rolle? Ja klar, als Suchwort. Eine Zeit lang etwa hat die NSA tatsächlich auch die gesamte Kommunikation nach Stichwörtern suchen lassen, wie etwa Al-Qaida. Das hat natürlich nichts gebracht, denn da wird nur Datenmüll produziert. Da gab es millionenfache Fundstellen, weil sich Leute etwa über Al-Qaida lustig gemacht haben. Und das ist eben das Problem. So etwas führt dann eben nicht zu nachrichtendienstlichen Erkenntnissen. Die bekommt man nur, wenn man über einen Selektor, etwa eine Satellitentelefonnummer oder IP-Adresse ermittelt. Und wenn man dann beispielsweise ein Suchwort auf diese IP-Adresse ansetzt und Nummer eins der meistgesuchten Suchbegriffe der NSA im Jahr 2013 etwa, war Mostazafin, also die verdeckt arbeitende iranische Einkaufsorganisation für Rüstungsgüter. Hat sich eigentlich die Überwachungspraxis der NSA da gewandelt? Ja, sehr schnell, sogar nach 2001. Die wollten ja auch nicht im Datenmüll ersticken. Und deshalb haben die dann ziemlich rasch und sehr gezielt in den Kommunikationsdaten bei bestimmten Zielpersonen, also bei Selektoren erster Ordnung, Suchwörter ausgewertet. Und diese Auswertung hatte drei Ziele. Es ging um Wirtschaftsspionage, innere und äußere Sicherheit und die gezielte Überwachung von Medien. Das heißt, Journalisten können sich auch auf dieser Selektorenliste befinden? Aller Wahrscheinlichkeit nach ja. Ja, es gab ja den Fall Susanne Kölbel, die der BND in Afghanistan überwacht hat. Und dieser Fall zeigt, dass der Datenverkehr deutscher Journalisten analysiert wurde. Und die Dokumente von Edward Snowden, die lassen den weiteren Schluss zu, dass die NSA aufklären wollte, wie Journalisten über bestimmte Themen denken, woran sie gerade arbeiten, was sie recherchieren.